Herzlich willkommen zum fünften Teil der Track-by-Track-Besprechung von The Long Way Home. Jetzt let it go, meine Damen und Herren. Und da, wo wir jetzt hingehen, da war, glaube ich, jeder Eppenbühner schon mal mit einer Schatulle Bio dafür. Das ist die schöne Aussicht über Eppenbühnen. Ja, hinter. Da ist ein Freund von mir schon mal besoffen in den elektrischen Zau geknallt. Da kriege ich jetzt auch hin. Windig ist es über den Dächern von Eppenbühnen. Zurück zur Natur ist das Thema jetzt hier. Genau. Und zurück beim Track-by-Track von The Long Way Home. Im Hintergrund seht ihr die wunderschönen Dächer von Eppenbühnen. Und ist es nicht vielleicht das schönste Wahrzeichen aus Westfalen? Ich glaube, ja. Das, was da in der Mitte so prangt und gigantisch aussieht, in die Luft reinragt und in den Boden rein, das ist die Preussach Eppenbühns-Kohlekraftwerk. Vielleicht eines der tiefsten Kraftwerke der Welt. Man weiß es nicht ganz genau. Und Vater hat da gearbeitet. Genau. Working Class ist das Thema, meine Damen und Herren. Und Working Class ist auch ein bisschen das Thema von Let It Go, dem fünften Song auf The Long Way Home. Denn? Denn er ist sehr britisch. Er ist sehr, sehr urig, bodenständig. Und vor allen Dingen hat er hauptsächlich Naturinstrumente. Also Akustikgitarre, Mandoline, Mundharmonika und und und. Und eine ganze Menge Bier und vielleicht auch Biergestank, der aus dem Hals ragt, wenn man diesen Song mitsingt. Am besten mit ganz vielen Leuten zusammen. Der eignet sich fantastisch zum Schunkeln. Und ich bin echt gespannt, wie viele Leute wirklich schunkeln und vielleicht auch ihre eigenen Biertische mitbringen zum Schunkeln. Auf unseren nächsten Shows werden wir eben diesen Song spielen Let It Go. Vor allen Dingen wird live dann auch mal komplett durchgewechselt an den Instrumenten. Guido, Akustikgitarre, Jan Dirk, Mandoline. Ich bekomme von Jan Dirk den Bass. Macht den nicht kaputt. Ne, 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 ne. Und ich glaube, das macht auch so einen ganz großen Reiz aus von dem Song. Also mir macht der beim Proben im Moment echt Riesenbock immer. Definitiv. Ihr hört euch das Ganze auch einfach jetzt mal an. Ihr hört euch sowieso auch The Long Way Home bitte mal weiter an. Und wir genießen hier noch diese wunderschöne, bombastische Aussicht. Mit Bier und Picknick und alles geil. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.